Spitzelung statt Tafelspitz. Die Arbeiterkammer wirft dem Nobelgastronom Plachutter vor, seine Mitarbeiter mit Kameras unrechtmäßig zu überwachen. Außerdem sei ein Handflächenscanner im Einsatz, die gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Die Datenschutzkommission hat der AK jetzt teilweise Recht gegeben. Florian Sekirer berichtet. Die Plachutter-Restaurants sind eine unbestrittene Größe in der Wiener Gastronomie. Seit 2020 aber läuft nun ein Rechtsstreit gegen einen früheren Küchenmitarbeiter. Der Mann hatte nach seiner Entlassung mithilfe der Arbeiterkammer wegen möglicher Datenschutzverletzungen im Restaurantbetrieb Beschwerde eingelegt. Vor allem wegen einer Videoüberwachung. Nun liegt die Entscheidung der Behörde vor. Demnach waren von den 29 Kameras im Restaurant, die bei der Aufstellung genehmigt wurden. Zwei Kameras doch unzulässig. Diese zwei Kameras, die ihm jetzt verboten wurden, die haben die Küche überwacht. Das sagt die Datenschutzbehörde. Hier überwiegt das Interesse des Arbeitnehmers an seinen eigenen personenbezogenen Daten. Und es gibt gelindere Mittel, um hier eine Überwachung der Arbeitnehmer, was anderes ist es ja nicht, vorzunehmen. Die zwei betroffenen Kameras sind inzwischen deaktiviert worden. Interview gibt es von Seiten der Plachutter-Restaurants heute keines. Aber eine umfangreiche schriftliche Stellungnahme, in der zur Videoüberwachung außerhalb des Gastraumes festgehalten wird, dass es nicht um die Kontrolle der MitarbeiterInnen gehe. Die Überwachung der Anlieferungs-Entsorgungswege dient zur Aufklärung von etwaigen Diebstählen und Beschädigungen, zur Verhinderung und Aufklärung von Diebstählen teurer Lebensmittel und Spiritosen aus den Kühlzellen. Neben der Videoüberwachung gibt es auch einen Handflächenscanner, ähnlich wie dieser am Flughafen. Damit können MitarbeiterInnen mit Hand auflegen interne Schreiben unterzeichnen, etwa zur Bestätigung geleisteter Dienste. Laut Datenschutzkommission war die Verwendung des Systems bei diesem Mitarbeiter nicht zulässig, weil ihm nicht deutlich genug erklärt wurde, dass die Nutzung freiwillig ist. Es ist bei Arbeitnehmern immer zu bedenken, dass es eine wirtschaftliche Über- und Unterordnung gibt und somit ist die Freiwilligkeit hier nicht gegeben, weil wenn der Arbeitnehmer die Zustimmungserklärung nicht unterschreibt, kann sich jeder ausrechnen, dass er vermutlich den Job nicht kriegen wird. Bei Plachuta hat man inzwischen die Einholung der Zustimmung zum Handscan geändert und man wird gegen die gesamte Entscheidung der Datenschutzbehörde beim Bundesverwaltungsgericht in Berufung gehen.